Rotterdam in den Niederlanden. Westlich des Hauptbahnhofes werden innerhalb von zwei Tagen vier neue Weichen eingebaut und zwei alte Weichen abtransportiert. Die Strecke nach Den Haag ist für 56 Stunden gesperrt. Jeder Handgriff muss sitzen. Im Einsatz dafür die neueste Generation von Weichentransportwagen. Mit ihnen ist es möglich, auch die längsten Weichen in einem Arbeitsgang ins Baufeld zu transportieren und dort in kurzer Zeit abzuladen und einzubauen. Am wichtigsten ist es für uns, dass die zeitlichen Abläufe genau eingehalten werden, damit die Züge pünktlich wieder fahren können. Die neuen Weichentransportwagen helfen uns dabei enorm. Es wird Abend in Rotterdam. Die letzten Weichenteile kommen an ihren Bestimmungsort. Anschließend werden die Schienen verschweißt, es wird eingeschottert und gestopft, sodass die Baustelle pünktlich beendet und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. So klingt das, wenn ich hier in meinem Sprecherraum den Text für einen meiner eigenen Filme aufnehme. Und bei der Gelegenheit konnten Sie auch gleich mal sehen, dass ich durchaus in der Lage bin, ziemlich schöne Filme zu drehen. Das wissen meine langjährigen Auftraggeberinnen und Auftraggeber natürlich sowieso. Aber hier habe ich ja eine andere Zielgruppe, Medienschaffende, die in Zeiten von Homeoffice und dezentraler Produktion vielleicht nicht die perfekte eigene Sprachaufnahmemöglichkeit haben. Da helfe ich dann gerne aus und spreche hier für Sie Ihre Filmtexte ein und schicke Ihnen dann die Audiodateien. Ganz wichtig zu wissen, ich bin kein Sprecher mit schauspielerischem Hintergrund, sondern mit journalistischen Wurzeln. Das heißt also, ich schlüpfe nicht in verschiedene Rollen, ich mache kein Synchron, kein Hörspiel, kein Hörbuch, keine Werbung, sondern ausschließlich journalistische, reportagige, redaktionelle, informierende, erklärende Texte. Ich bin immer nur ich, das aber dafür in zuverlässiger, gleichbleibender guter Qualität. Sprachaufnahmen sind für mich immer schon besonders wichtig gewesen. Deshalb gibt es hier diesen Sprecherraum und dem habe ich jetzt nach 20 Jahren mal einen neuen akustischen Ausbau verpasst. Die dunkelblauen Lochblechelemente haben Platz gemacht für diese hellen, freundlichen Schlitzplatten aus Holz. Die sehen nicht nur gut aus, sondern die klingen auch richtig gut. Und auch dahinter im nicht sichtbaren Bereich hat sich eine Menge getan, denn es ist gar nicht so einfach, einem relativ kleinen Raum eine gute Akustik für Sprachaufnahmen zu geben. Natürlich gibt es hier auch ein vernünftiges Mikrofon. Das ist das M930 TS von Mikrotech GFell aus Thüringen. Und dieses Signal wird dann nebenan weiterverarbeitet in einer Kette von Modulen von ADT-Audio aus Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Da sind ganz viele bunte Regler dran und jeder einzelne von denen hat wirklich seine Daseinsberechtigung. Klingt verrückt, ist aber so. Wenn Sie also mal etwas zu sprechen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir unter sprecher.köhlerfilm.de. Preislich werden wir uns mit Sicherheit einig. Und ganz hilfreich ist es immer, wenn Sie mir zu jedem Absatz auch eine Zeitangabe dazuschreiben oder von mir aus auch eine Videodatei schicken, damit ich das Timing entsprechend gut hinkriege. Ja, und jetzt bleibt mir erstmal Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken, Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg zu wünschen. Und natürlich, man kann es in diesen Zeiten nicht oft genug sagen, bleiben Sie gesund.